Heute ist ein schöner Tag, die Sonne scheint und es sind 20 Grad. Ich gehe zum Spielplatz. Leider ist heute kein so schöner Tag, der Regen fällt und es sind 13 Grad. Ich gehe zur Schule. Alles ist weiß, der Schnee fällt und es sind minus 5 Grad. Ich gehe nach Hause.